Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Ingwertee mit Zitrone und vor allem auch Honig richtig machen kann, damit einfach nahezu keine Vitamine verloren gehen. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal benötigen wir ein Stück von einem frischen Ingwer, was in etwa so groß wie mein Daumen ist. Also diesen kann ich einfach mal hier hinhalten und dann auch entsprechend mit meinem Messer abschneiden. Die Schale können wir übrigens auch dran lassen, wenn es sich um Bio-Ingwer handelt. Bei einem normalen Ingwer sollten wir einfach mal einen kleinen Teelöffel zur Hand nehmen und dann die Schale hier oben ganz vorsichtig abkratzen. Mit einem Sparschäler bzw. auch einem Messer würden wir hier einfach zu viel von den konzentrierten Nährstoffen unter der Schale wegmachen, was wir natürlich auch nicht haben möchten. Für das beste Ergebnis jetzt am besten mal den Ingwer nehmen und hier bei so einer speziellen Reibe komplett klein reiben. Hier bleiben jetzt nämlich auch die Finger schön heil und der ganze Saft von meiner Ingwer kommt auch nochmal richtig gut zur Geltung. Danach die Reibe einfach über mein Glas halten und dann mit schön heißem Wasser einmal das Ganze abgießen. Dadurch wird jetzt nämlich auch die Reibe gleich sauber und der ganze Ingwer geht perfekt in meine Taste rein. Wenn du noch keine Reibe besitzt, kannst du natürlich das Ganze jetzt auch im Notfall erstmal mit einem Messer etwas klein schneiden. Dann hier sind solche kleinen Streifen und anschließend auch noch Würfeln. Denn das geht nämlich auch. Die Würfel ebenfalls wieder in unser Glas bzw. in unsere Tasse geben und wieder schön mit heißem Wasser aufgießen. Bei beiden Methoden jetzt mal mit einem Löffel ordentlich durchrühren und dann anschließend für ca. 20 Minuten ziehen und vor allem auch abkühlen lassen. Währenddessen halbiere ich einmal meine Zitrone hier und presse den Saft aus dieser mit einer speziellen Zitronenpresse einmal so gut es geht aus. 20 Minuten sind rum, jetzt gebe ich mal meinen Zitronensaft in den lauwarmen Tee hinein und dadurch bleiben jetzt nämlich die Vitamine in meiner Zitronensäure bzw. von meinem Zitronensaft viel besser erhalten, als wenn der Tee noch sehr heiß wäre. Wer will, kann zum Schluss gerne noch einen Teelöffel von Honig hier in meinen abgekühlten Tee hineingeben, dann natürlich das Ganze nochmal schön ordentlich umrühren und danach nach Belieben vielleicht noch eine Zitronenscheibe hier oben einstecken, was natürlich optisch noch einmal schöner ausschaut. Laut Experten sollten wir danach übrigens noch etwas Wasser nachdrinken, um einfach die Zitronensäure in deinem Mund zu neutralisieren, welche sonst deine Zähne angreifen könnte. Und somit haben wir unseren Ingwer-Tee auch schon richtig zubereitet. Wenn du dir für zu Hause übrigens jetzt auch so eine spezielle Reibe hier, eine neue Teetaste, ein scharfes Messer oder auch ein Schneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markengestell zum relativ günstigen Preis und das Beste dabei. Das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Geschäft viel für fahren. Wenn du dir also eines von diesen Produkten hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020